Siege werden durch Gottes Macht errungen Die Priester stießen in ihre Hörner, und als das Volk den Hörnerschall hörte, erhob es ein lautes Kriegsgeschrei. Da stürzte die ganze Mauer Jerichos zusammen, und die Männer Israels drangen von allen Seiten in die Stadt ein und eroberten sie. Joshua 6, Vers 20 Joshua befolgte den göttlichen Befehl und ordnete das Heer. Es war kein Angriff geplant. Sie sollten nur mit der Lade Gottes um die Stadt marschieren und die Posaunen blasen. Kriegsleute bildeten die Vorhut, auserlesene Männer, die aber diesmal nicht durch eigene Geschicklichkeit und Tapferkeit siegen sollten, sondern durch Gehorsam gegen Gottes Befehle. Ihnen folgten sieben Priester mit Posaunen. Dann kam die Bundeslade, von einem Schein göttlicher Herrlichkeit umgeben und von Priestern getragen, deren Kleidung auf ihren heiligen Dienst hinwies. Ihnen folgte Israels Herr, jeder Stamm unter seinem Banner. Man hörte keinen Laut, außer dem Tritt der riesigen Schar und dem feierlichen Schmettern der Posaunen, das von den Bergen und in den Straßen Jerichos wiederhallte. Sechs Tage lang zog Israel um die Stadt. Am siebenten ordnete Joshua im ersten Morgengrauen das Heer des Herrn. Jetzt erhielt es den Befehl, siebenmal um Jericho zu marschieren und bei einem gewaltigen Posaunenton ein Kriegsgeschrei zu erheben, denn Gott hatte ihm diese Stadt übergeben. Als der siebente Umzug beendet war, stand die lange Prozession still. Die Posaunen, die eine Zeit lang geschwiegen hatten, brachen nun mit einem Geschmetter los, das die Erde erbebte. Da wankten die festen Steinmauern mit ihren schweren Türmen und Zinnen, hoben sich aus ihren Grundfesten und stürzten mit lautem Krachen zusammen. Die Einwohner Jerichos waren vor Schreck wie gelähmt und die Scharen Israels drangen ein und besetzten die Stadt. Sie hatten den Sieg nicht aus eigener Kraft gewonnen. Die Eroberung war ausschließlich dem Herrn zu verdanken. Deshalb sollte die Erstlingsfrucht des Landes, nämlich die Stadt, mit allem, was sie enthielt, dem Herrn als Opfer gehören. Nur die gläubige Rahab blieb samt ihren Angehörigen nach dem Versprechen der Kundschafter verschont. Die vollständige Vernichtung der Einwohner Jerichos war nur der Vollzug eines früheren Befehles durch Mose über Kanans Bevölkerung. Du sollst an ihnen den Bann vollstrecken. Vielen scheinen diese Gebote in Widerspruch zu dem Geist der Liebe und Barmherzigkeit zu stehen, die an anderen Stellen der Bibel zur Pflicht gemacht werden. In Wirklichkeit wurden diese Vorschriften von unendlicher Weisheit und Güte bestimmt. Die Kananiter hatten sich dem widerwärtigsten, niedrigsten Heidentum ergeben. Das Land musste von allem gereinigt werden, was Gottes gnadenvolle Absichten gewiss verhindert hätte. Das Land musste von allem gereinigt werden, was Gottes gnadenvolle Absichten gewiss verhindert hätte. Das Land musste von allem gereinigt werden, was Gottes gnadenvolle Absichten gewissen verhindert. Untertitelung des ZDF, 2020